um hallo hallo zur nächsten folge dumm und behindert jetzt schon bei der folge 3 das ist die Hälfte von 6 wer rechnen kann ja könnten wir machen also wenn er uns jetzt 100.000 millionen likes gibt der Fall der Fall ist die gleichs nächste Folge fest dann muss ich mich aber hübsch machen nein 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 fast geht halt bis jetzt muss man schon sagen es war jetzt meine erste Runde wenn ihr hier auf dieses Video 7 1 Uhr machen wir Facecam mit Socken-Challenge mit ähm Körper-Challenge also Socken-Challenge da spielen wir mit Socken mein Köln genau weil sonst haben wir eigentlich keine Körpers weil wir haben halt Lebra und die 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 ganz kleines Problem ja und du machst jetzt die zwei Runden das waren jetzt meine zwei Runden ich weiß ich bin über King und ich spiele ganz ganz sehr gut wird ganz Körperhandschuhe er hat einfach Socken an und spielt da mit dir haha haha hihihi slash hab schon mal eingegeben geschafft ist es losgegangen nein ich wurde gekickt ok dann müssen wir jetzt scrollen das wird scha- ah perfekt sogar geschafft oh fuck das wird scha- Leute vielleicht schaffen hier bei mir die 120 Abonnenten glaube ich nicht und werden wir auch nicht versuchen würde ich sagen warum nicht oh fuck das ist schwer mit Socken zu spielen du hast ja schon meine Waffe früh gebt oh nein ich muss scrollen rennen wie töten 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 rennen 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 ich kann nicht rennen ah doch ich nein ich kann mit Socken nicht rennen ich geh für dich hab einen danke das ist nett ok das ist jetzt eine zweite Hunde und ja dritte Folge dumm und behindert ja ich frage es auch vielleicht habt ihr auch die dumm und die Behinderten gib mal ein Like wenn es so ist ne warte mal aber gib doch ein Like wenn es nicht so ist in der nächsten Folge werden wir auch über ein spezielles Thema reden genau nämlich ähm Wichsen in der Schule und Wichsen in der Schule und da werden wir sogar jeder darf drei Hunde spielen echt? dann machen wir auch mit Facecam nächste Folge machen wir auch mit Facecam oh fuck ich hab hahaha mit Socken ist das scheiße ja ok das war's jetzt mit dieser Folge bis zum nächsten Mal ciao